Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine defekte Kennzeichenbeleuchtung hier hinten wie bei mir zum Beispiel richtig wechseln kannst, wenn diese einfach kaputt ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wie du es sehen kannst, bei mir steht dort ein Kennzeichenbeleuchtung prüfen, heißt bei mir ist eine Kennzeichenbeleuchtung defekt und diese wechsle ich als einfacher mal an meinem 6er Golf. Wenn ich jetzt mal zu meinem Kennzeichen gehe, die linke Beleuchtung geht wirklich ohne Probleme und hier auf der rechten Seite ist das Problem, weswegen ich diese jetzt tauschen werde. Doch zuvor einmal die Beleuchtung wieder ausmachen. Zuerst einmal kannst du hier außen auf der Seite einen kleinen Haken sehen, bei mir ist es auf der Innenseite vom Nummernschild und diesen Haken, da kommst du mit einem kleinen Schlitzschraubentier rein, den wir auch hierfür benötigen. Deswegen gebe ich diesen einfach mal hier rein, drücke das Ganze immer weiter rein und dann hörst du ein leichtes Klappen und diese Kennzeichenbeleuchtung kannst du schon einmal so herausziehen. Nun drücken wir hier auf der Seite, wo das Kabel reingeht, einmal so einen kleinen schwarzen Haken, diesen kannst du nämlich wirklich schön reindrücken und dann einfach mal das Kabel von unserer Beleuchtung hier rausnehmen. Wenn wir die Beleuchtung abgemacht haben, diese einfach mal hinlegen, hier haben wir jetzt noch so eine kleine schwarze Plastikkappe drauf und diese müssen wir auch mit dem Schraubendreher hier runter machen. Hierfür einmal auf der entgegengesetzten Seite, wo das Kabel drinnen war, etwas das Ganze hereindrücken und so leicht nach oben weghebeln, dann sollte sich das auch schon leicht nach oben weglösen und dann kannst du den Rest einfach mit den Fingern nehmen und schon haben wir diese schwarze Kappe hier unten und wir sehen hier unsere Birne. Bei meinem 6er Golf ist es jetzt so eine gesteckte Birne, sage ich einfach einmal, hier gibt es natürlich verschiedene Varianten und das kommt einfach auf das Autodarf an. Bei mir wieder mit dem Schraubendreher hier hinten leichter reingehen, dann das Ganze nach vorne weghebeln und schon fliegt hier meine Birne raus und das ist auch die defekte Birne, welche ich jetzt erst einmal austauschen muss. Meistens hast du auf den alten Birnen hier einfach noch eine Bezeichnung drauf, wodurch du besser erkennen kannst, was für Daten jetzt deine neue Birne genau benötigt. Die neue Birne bzw. Leuchte fasse ich jetzt vorne hier mit einem Stofftuch an, dadurch kannst du auch nichts verschmutzen und dann gebe ich das Ganze von vorne hier rein und drücke etwas nach links hinten und schon ist das Ganze hier eingerastet. Jetzt die schwarze Kappe hier wieder drauf machen. Dafür zuerst einmal hier rechts leicht reingeben und dann das Ganze hier links runter drücken, bis es so ein leichtes Klacken macht und dann ist die schwarze Kappe auch schon wieder drauf. Danach die Kennzeichenbeleuchtung wieder richtig rum an dieses Kabel bzw. an den Stecker machen. Hierfür hast du auch gar keine andere Möglichkeit, das Ganze wieder draufstecken, bis es Klick macht und jetzt können wir diese Kennzeichenbeleuchtung schon wieder in das Auto einbauen. Hierfür zuerst einmal die Seite mit dem Stecker bei mir hier rechts reingeben, bis das Ganze schön anliegt und dann einfach hier noch leicht dagegen drücken, bis es wieder ein leichtes Klicken macht und schon ist das Ganze hier wieder fest verbaut. Zum Schluss das Ganze nochmal überprüfen. Du kannst sehen, bei mir leuchtet das Ganze wieder, die Fehlermeldung im Auto wird sicher nicht mehr auftauchen und somit haben wir auch schon unsere Kennzeichenbeleuchtung hier richtig gewechselt. Wenn du dir jetzt eine spezielle Birne für deine Kennzeichenbeleuchtung zulegen möchtest, egal für welches Auto oder vielleicht auch einfach so einen Schraubendreher hier, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Glühbirne hier oder auch den Schrauben, der du hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.